Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Artemisia annua, auch bekannt als einjähriger Beifuß oder süßer Beifuß, ist eine faszinierende Pflanze mit einer langen Geschichte in der traditionellen Medizin. Ursprünglich in Asien beheimatet, hat sie sich aufgrund ihrer vielfältigen gesundheitlichen Vorteile weltweit einen Namen gemacht. Im heutigen Video werden wir genauer betrachten, wie, warum und bei welchen Erkrankungen Artemisia annua helfen kann. Artemisia annua enthält eine Verbindung namens Artemisinin, die für ihre antiparasitären, antibakteriellen und entzündungshemmenden Eigenschaften bekannt ist. Dieser Wirkstoff kann bei einer Vielzahl von Erkrankungen hilfreich sein. Eine der bemerkenswertesten Anwendungen von Artemisia annua ist ihre Wirksamkeit bei der Behandlung von Malaria. Studien haben gezeigt, dass Artemisinin, das aus der Pflanze gewonnen wird, die Malaria-Parasiten effektiv bekämpfen kann. Artemisinin kann die Anzahl der Parasiten im Blut senken und somit die Symptome lindern. Es hat sich als wirksames Mittel sowohl zur Behandlung als auch zur Vorbeugung von Malaria erwiesen. Darüber hinaus kann Artemisia annua auch bei anderen Erkrankungen helfen, wie beispielsweise bei Entzündungen, Verdauungsstörungen und sogar bei einigen Krebsarten. Artemisinin hat das Potenzial, Krebszellen zu hemmen und zu zerstören, indem es deren DNA schädigt. Es kann auch die Bildung neuer Blutgefäße in Tumoren unterdrücken, was das Tumorwachstum verlangsamen kann. Obwohl weitere Forschung erforderlich ist, sind die bisherigen Ergebnisse vielversprechend. Interessant ist auch die entzündungshemmende Wirkung. Artemisia annua enthält Verbindungen, die entzündungshemmende Eigenschaften haben. Dies kann bei verschiedenen entzündlichen Erkrankungen wie Arthritis, Asthma und entzündlichen Darmerkrankungen von Vorteil sein. Die Pflanze kann dazu beitragen, Entzündungen im Körper zu reduzieren und somit Schmerzen und Beschwerden zu lindern. Des Weiteren ist Artemisia annua reich an Antioxidantien, die dabei helfen, schädliche freie Radikale im Körper zu neutralisieren. Freie Radikale können Zellschäden verursachen und zu verschiedenen Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und vorzeitigem Altern führen. Durch die Einnahme von Artemisia annua kann der Körper vor diesen schädlichen Auswirkungen geschützt werden. Artemisia annua könnte eventuell auch bei anderen Erkrankungen wie Diabetes, Lebererkrankungen, Schistosomiasis und sogar BI-Viralen Infektionen hilfreich sein. Obwohl weitere Studien erforderlich sind, deuten erste Ergebnisse darauf hin, dass die Pflanze auch hier positive Auswirkungen haben könnte. Artemisia annua ist in verschiedenen Formen erhältlich, wie zum Beispiel als Tee, Extrakt oder in Kapseln. Die richtige Dosierung und Anwendung hängt von der spezifischen Erkrankung und den individuellen Bedürfnissen ab. Es ist ratsam, die Anweisungen des Herstellers zu befolgen oder einen Fachmann um Rat zu fragen. Artemisia annua ist eine bemerkenswerte Pflanze mit einer breiten Palette von gesundheitlichen Vorteilen. Von der Bekämpfung von Malaria bis hin zur möglichen Krebsbehandlung und entzündungshemmenden Wirkung bietet sie eine natürliche Alternative zu herkömmlichen Medikamenten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Artemisia annua nicht als alleinige Behandlungsoption betrachtet werden sollte und dass weitere Forschung erforderlich ist, um ihre Wirksamkeit und Sicherheit vollständig zu verstehen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mehr über Artemisia annua zu erfahren. Wir hoffen, dass Ihnen dieses Video dabei geholfen hat, ein besseres Verständnis für die potenzielle Heilkraft dieser erstaunlichen Pflanze zu bekommen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, vergessen Sie bitte nicht, es zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren, um auch zukünftig weitere informative Inhalte zu erhalten. Alles Gute und bis zum nächsten Mal bei Durch und Durch gesund!